Mein Name ist Thomas Stepani von RE-MAX Living Immobilien in München. Diesmal darf ich Ihnen ein außergewöhnliches Objekt präsentieren. Wir befinden uns in Cezina, nahe Tusculano Materno am Gardasee, in einer Villa, die in eine historische Limonei integriert wurde. Genießen Sie den Rundgang durch dieses außergewöhnliche archätonische Meisterstück mit viel Charme und Ambiente. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich Ihr Interesse für diese außergewöhnliche Villa geweckt, dann würde ich mich über eine Kontaktaufnahme sehr freuen. Untertitelung des ZDF, 2020